Herzlich willkommen zu Böhmers Börsenwoche. In dieser Woche habe ich was ganz Besonderes vor. Ich möchte auf ein Jubiläum blicken und zwar auf 30 Jahre DAX. Am 1.7.1988 ist der DAX zum ersten Mal berechnet worden, der deutsche Aktienindex. Den kennen Sie, den kenne ich und das ist ein ganz wichtiges Barometer in Deutschland, eigentlich das wichtigste Barometer, wenn es um den Aktienmarkt geht. Und 30 Jahre ist tatsächlich eine lange Zeit. Viel passiert ist in der Zeit auch, wenn man überlegt, dass der erste Indexstand damals Anfang Juli 1988 bei 1.100 Punkten lag. Mittlerweile liegen wir im Bereich um 12.500 Punkte. Wir waren schon über 13.000 Punkte. Da sieht man schon, was möglich ist. Aber die Schwankungen im DAX sind natürlich auch in den verschiedenen Jahren extrem groß gewesen. Wir haben zum Beispiel das schlechteste Jahr aller Zeiten gehabt, im Jahr 2002 mit 44% Minus. Wir haben ein Jahr gehabt 2008 mit der globalen Finanzkrise mit einem Minus von knapp 40%. Aber seitdem ist es auch deutlich nach oben gegangen, wenn man überlegt, dass wir im Bereich nach der Finanzkrise irgendwann bei knapp 4.000 Punkten im DAX waren. Es ist danach jetzt massiv nach oben gegangen. Wir haben einige super Börsenjahre erlebt. 2015, 2016. Gute zweistellige Zuwächse haben wir da gesehen. Im letzten Jahr war es nicht ganz so viel. Aber insgesamt ist es eine wunderbare Möglichkeit für Sie, auf den deutschen Aktienmarkt zu setzen. Das Gute daran ist eigentlich, der DAX ist immer in Bewegung. Der DAX wird regelmäßig angepasst. Viele Unternehmen sind seit Anfang an dabei. Allianz, BMW, Volkswagen. Aber viele andere Unternehmen sind auch im Laufe der Jahre wieder verschwunden. Neue sind hinzugekommen. Und so ist ein Index eigentlich immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, aktuell auf eine breite Mischung in einem Land zu setzen oder eben auch in einer Branche zu setzen. Aber der DAX mit seinen 30 Unternehmen setzt eben auf die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Weitere Unternehmen sind natürlich dann im MDAX gelistet. Das ist sozusagen die zweite deutsche Börsenliga. Da wird es massive Änderungen ab September geben mit der Neuordnung der Indizes. Da werde ich in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen. Aber nochmal zurück zum DAX und Schwankungen, die bei diesem Index möglich sind. Ich fand es spannend mal zu schauen, die größten Tagesschwankungen am Tag. Wirklich Tagesschwankungen. Beim DAX hatten wir 1998. Und zwar mit einem Verlust von 12% an einem Tag. Aber wir hatten auch Zuwächse von 13%, von 14% an einem Tag. Und zwar 2008 in der Finanzkrise. In dieser Zeit im Oktober war die Nervosität an den Märkten extrem groß und die Schwankungen waren extrem groß. Da ging es drei, vier Tage nach unten und dann hieß es wieder, jetzt haben wir das uns tief erreicht. Und dann gab es eine unglaubliche Euphorie und deswegen diese massiven Zuwächse. Aber insgesamt schwankt der DAX wirklich nicht so stark. Auch wenn man die Jahre natürlich mit hohen Zuwächsen oder auch mit Verlusten mal gesehen hat. Aber 2% Tagesschwankungen waren zuletzt schon sehr, sehr viel. Es hat sich eine gewisse ruhige Börsenstimmung breit gemacht. Ob das jetzt in den nächsten Monaten so weitergeht, muss man dann erst noch sehen. Aber insgesamt ist die Hektik in den vergangenen Monaten aus den Märkten gewichen. Aber die kann sehr schnell zurückkehren. Stichwort Donald Trump. Was der alles vorhat, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und er hat die Märkte schon in gewisser Weise im Griff. An einem Tag wird die NATO mehr oder weniger aufgelöst. Am nächsten Tag ist alles wieder wunderbar. Dann macht er ein neues Krisenfeld auf. Wieder mit China, mit neuen Zöllen, Strafzöllen, die dort ausgesprochen werden. Also Donald Trump hält die Märkte sicherlich in Atem. Und das ist auch das, worauf ich in den nächsten Wochen weiter achten werde. Ich werde meinen Fokus auf jeden Fall weiter Richtung USA richten. Und mich das nächste Mal auch schon aus den USA melden. Aber das soll es jetzt gewesen sein von Böhmers Börsenwoche. Und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche an der Börse.